Okay, also Wärmesuche, ne? Ihr kleinen Schweinchen. Doch, ist kein Würfel, Daniel, ist kein Würfel. Ach, maaaannn. Hallo, Schein. Hi, Daniel. Äh, okay, geh du mal nach vorne. Nee. Hat dir das gefallen, Marco? Ja, das hat mir gefallen. Hat mir jetzt gefallen, wenn der reingegangen wäre. Genau. Nochmal. Boah. Alter. Warum ist eigentlich unter Blau? Hu 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 hu. Oh, sick. Aber das... Oh nein. Oh nein, Marco, der wird schwer. Oh shit. Oh shit. Oh nein. Alter. Was wirklich? Yes. Fuck. Ich starte schon richtig krank, ey. Boah. Alter. Okay. Okay. Ja gut, ähm. Gut, dass das Werbesucher ist. Oh shit, das fand ich gut. Nein, 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 nein. Warum sprichst du nicht mit mir? Nein, 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 nein. Warum sagst du nichts? Ja, ey. Schein beschwere dich nicht. Ich habe Marco heute auch noch nicht gesehen hier in diesem Spiel, ja? Oh shit. Oh shit. Ich dachte doch, ich verwirr das vielleicht. Oh man. Ja, das hat es tatsächlich. Wir müssen doch nicht mal was machen bei den Schüssen. Ja. Das macht doch nichts. Schein, wenn du zu nah am Tor bist. Äh. Hä? Wie ging das denn bitte? Wenn du zu nah am Tor bist, dann ähm, knallt er immer einen Pfosten und einen Latte. Ich weiß. Aber ich gewinne ja. Schwung. Ich habe einen gewissen Moment. Ja gut, aber du kannst ihn uns auch einfach zurückgeben und dann kannst du auch Schwung kriegen. Oh ja, hast du schon verstanden. Wir haben ein bisschen Schwung in die Kiste. Oh ja, kommt der Schein schon wieder nach vorne. Nein! Ich bin nur rückwärts tat gewesen. Okay. Also Schein, du spielst offensiv. Ja. Okay, dann bleib ich weiter hinten. Warum kriegt Marco den Aufschlag? Was soll der scheiß? Guck mal, der liegt vor wie Sau, der Marco. Marco, ja. Marco hat den übrigens gehalten. Du musst noch einen Powershot reinhauen, dann... Warum auch immer geht das rein. Oh ja, meine Kamerasettings habe ich auch noch ein bisschen geändert. Eine minimale Änderung. Sehr effektiv. Nehme ich. Mhm. Und ist drinne. Oh, nicht. Hab ich. Boah. Oh, den krieg ich nicht. Aber Marco ist kein Ease. Ja. Der geht nicht, oder? Oh. Hab ich. Den nehme ich. Oh, jetzt wird's gefährlich. Oh, jetzt wird's gefährlich. Oh, oh. Killer. Sorry. Loser. Ich hab einen Schein weggebumst. Ich greif an. Schein wegbumsen, wegschmunzen sag ich immer. Oh shit. Ohhhh. Ohhhh. Platziert, ey. Danke. Geil, sorry. Ich bin das nicht gewohnt. Ja, ich hab's auch immer hart verkackt. Klatschen. Also, ich hab aus meiner Perspektive nur Schein an den Boden klatschen sehen. Marco. Mhm. Oh. Oh. Hab ich. Jetzt musst du scheinen. Komm nicht dann. Und scheinen? Soll rankommen, oder was? Ja. Daniel. Oh fuck. Oh fuck, ich steh nicht gut. Jawoll. Okay. Wär sowieso nicht gegangen, aber trotzdem. Ja, wenn ich mal ein Tor so machen würde. Daniel. Ja, aber jetzt auch. Ich hab dich nicht dran. Oh shit dran. Oh oh oh. Hast du Schein? Ja. Okay, gut. Ich bin im Tor. Machst du. Ach du Scheiße. Der geht nicht. Der geht nicht. Der dürfte auch nicht gehen, oder? Der dürfte auch nicht gehen! Jetzt bist du. Vorlage Das war mal ein Tor Ja Alter Ist der war gut Und Vernascht Das Spiel geht nur bis 7 Oh stimmt, ja Was? Ich hab ein paar Hab ich Ui Oh das ist jetzt ganz übel Warte Assi Ich bin auch weggesprungen, weil ich gesehen hab, dass er auf mich zukommt Oh leid, dann war das so knapp Du Assi Richtig Assi der Marco Ciao Junge Ich hab zwei Eigentorte gemacht Marco hat dafür die Punkte bekommen, super Rund 2 Marco rot Sehr gut Marco Ja Ist das die gleiche Ja Wir können uns eigentlich dann halten Als erstes Schalen und ich Ja Kai und ich Marco ich Immer ich Scheiße gelösten und so Ja Ja Bei dir, ja Ah Oh man Was machst du so? Oh 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 Geht nicht Aber Ja Nein Shit Ich bin doch da Oh Will schnell mal ausweichen Ah kacke Shit Geht Kaum nach Nitro Geht nicht Auf geht's Heinz Wer ist ein Korb Wer ist ein Korb Oh Der ist drin Ich hätte vielleicht mal die Leute killen sollen Man ist so gespannt Darauf Dass man 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 Ah Ich hab ihn nicht anbekommen Schade Der geht gefährlich Okay Oh Oh Scheiße Oh ich dachte ich krieg den Auf den Drink Ah den hätte ich haben können Dann hab ich viel zu hoch gedrückt Kacke Wer muss jetzt Oh Okay Ach komm ey Ich flieg immer viel zu hoch Oh nein Man fährt so die Wand hoch Auf einmal ist der Komm her Zieht meinen Ball nicht mehr Kacke Dann würde ich sagen Ich geh Ja Oh scheiße Ach man Okay Okay Schein hat vorbei Oh oh Shit Nein Oh schön Boostless Musterliner Okay Ach komm also Als ob ich den vorleg Ach Marco Ein Marco Ja Ach wie zu fest Scheiße Ui Au Au Sorry Alles gut Tote Schuss Tote Schuss Toter Schuss Oh fuck Oh fuck Weg damit Weg damit Der Bastarde Das war echt ein bisschen lucky Bisschen Nein Spaß Oh ist spät Ich sollte vielleicht nicht so viel schracken Obwohl wir 10 ja eh aussahmen Mach du Scheiße Geht das? Ach kacken Oh shit Mich hätt's auch gefreut Aber Fuck Sorry Schein Nein Der macht ja jetzt so viel Gefühl Oh Kann er doch gar nicht Ah ich muss Okay Und nochmal 10 Minuten Kack Nein Oh shit Ach du Scheiße Eigentlich können die nichts Entschuldigung Oh schade Gut dass wir beide denselben Gedanken hatten Ja Wir sehen wie beide aufgehen Nö Ei Marco Nervt doch nicht so Alter Oh fuck Nein Ich fasse es ey Und Schein fühlst du dich verarscht? Es geht Ich fahr nur hinterher Ist alles okay Weißt du weil du das Boost Pad hast Ja Wir haben es höher als ich Ja aber Ah shit ich hab ihn nicht hochgekommen Darf man nicht so sagen Ich hab ihn nicht hoch bekommen Korrekt so Oh shit Wieso gefährlich Oh shit du warst schon weg Okay Oh fuck Okay Nein 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 Ich will dich doch abstauben Okay Ich geh Okay Oh shit Und jetzt so hinterher Ja ich hätte da direkt So schlecht wie ich unterm Korb bin Ah echt geh? Ja Hätte ich den einfach machen müssen Und ich hab verkackt Ach komm Oh oh Ich bin außer Gefecht Oh oh Ich bin außer Gefecht Marco ist auch außer Gefecht Ich hab schon gesehen Ich hab schon gesehen dass du den auch hättest kriegen können aber ich bin ein Egoist Ich hab dich angestupst Hey ich hab dich runter gedrückt Ja Ich hab dich hochgedrückt Oh shit Ja Hier geht's rund ja Komplett ohne Booster bis der, ich muss stimmt ja Was ich bin nur da Was? was schein locker easy habe ich den leben genämmt du musst kommen krieg den doch mal damit ich ihn einfach nur zurück blocken kann ach komm schein ich will dich töten oh shit äh Daniel ja easy nein oh shit hau ihn weg oh god nein ich hab keinen Nito nein nein ich hab keinen Nito Nito ja oh ach komm oh lai oh wie hab ich den doch gekriegt ah Daniel weil du so angetäuscht hast hab ich's verkackt also ich hätt's auch so vielleicht verkackt aber ach nein Marco das war ne Schal du standst im Weg ja hau ab nein Daniel macht ihn ja den hab ich nein den hab ich ja verdammt ich komm da nicht dran ja du hast doch keine Chance wir haben uns den runtergepresst cool keine Chance ich bin unterm Korb auch so richtig kacke ich hast ja gesehen ich glaub ich hab keine Parade boah also doch aber da war ich da war der nicht direkt über mir sonst kann ich nicht der war sexy sie das das Vielen Dank.